Wir erklären die Implantatlösung ohne Knochenaufbau. Klaus hat gerade nichts zu lachen, denn ihm fehlt seit kurzem ein Zahn. Da muss ein Implantat mit Knochenaufbau her. Eine schmerzhafte, teure und langwierige Prozedur. Geht das nicht einfacher? Na klar! Seine Ärztin Dr. Neu erklärt Klaus wie. Weil beim Kieferkamm die Außen- und die Innenseite nicht genau gleich hoch sind, reicht ein herkömmliches Implantat nicht bis zur höheren Kante des Knochens. Oder es ragt über die untere Kante hinaus. Beide Fälle erfordern eine einseitige Knochenanpassung. Dr. Neu empfiehlt deshalb ein abgeschrägtes Implantat. Weil sich das perfekt in die natürliche Neigung des Kieferkamps einfügt, kann der Knochen seine Form behalten und der Auf- oder Abbau erübrigt sich. Klaus ist begeistert! Das abgeschrägte Implantat erspart ihm Kosten, Schmerzen und Zeit. Der neue Zahn sitzt nach wenigen Behandlungsschritten und sein Lächeln braucht er nicht mehr zu verstecken. Spitze! Auch du suchst nach einer unkomplizierten Lösung? Weitere Infos zum abgeschrägten Implantat unter www.ohneknochenaufbau.de 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 www.ohneknochenaufbau.de